Sandhausen, der SV Sandhausen setzt sich unter den Topterms der 2. Liga fest und macht gegen Regensburg die jüngste Pleite vergessen. Der Jahn rutscht dagegen ab. Der SV Sandhausen hat in der 2. Bundesliga den Sprung auf den Relegationsplatz geschafft. Die Mannschaft aus dem Rhein-Neckar-Kreis kam gegen Aufsteiger Jahn Regensburg zu einem 2 zu 0, 0 zu 0, und betrieb Wiedergutmachung für die jüngste Pleite bei Erzgebirge Auer. Regensburg rutschte durch die Schlappe wieder ganz dicht an die Abstiegsränge. In einer kampfbetonten Begegnung mit nur wenigen Höhepunkten gelangen Lukas Höhler, 67 und 84, die entscheidenden Tore, Ergebnisse und Spielplan. Es ist so ärgerlich, denn wir hätten hier was mitnehmen müssen, sagte Regensburgs Marvin Knollbeiski. Jan-Coach Achim Bayer Lorze haderte ebenfalls. Wir hatten heute eine riesige Chance Punkte aus Sandhausen zu entführen. Spielerisch waren wir die bessere Mannschaft.